Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich werde sehr dankbar. Vielen Dank. Ich habe es gerade dir schon gesagt. Heute kommt dein gelehrter Imam. Er kann sicher viel lernen. Okay. Er soll kommen und Burak auch mitnehmen. Okay, das ist eine gute Idee. Salam Alem. Aleikum. Sabi. Vielen, vielen Dank. Kommt gut. Mach dir keine Sorgen. Tschö. Ja, ich bin sehr entfährt. Salam Alem. Alikum Salam. So nachdenklich? Hast du einen Unfall? Ich frage mich mal einiges. Ich frage mich, dass Gott leid und böse zulad. Salam Alem. Ich frage mich. Ente Allah. Assalamu alaikum, 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 alaikum. Möge Allah deine Gebete annehmen, Bruder. Amin. InshaAllah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ich bin mit Ihnen gekommen, weil ich wollte nicht alleine kommen. Schön, dass du gekommen bist. Bruder, danke schön, dass du uns Arbeit gegeben hast. Nicht zu denken, Abdullah. Wir Muslime müssen zusammenhalten. Bevor du gehst, lass uns einen Tee trinken zusammen. Morteza? Hör zu, mein Junge. Dein Vater hat dich mir anvertraut. Wir sind hier wie eine große Familie. Und ich erwarte von dir, dass du dich auch so benimmst. Ist gut, Bruder. Dies ist deine wichtige Entscheidung. Kein Kinder spielen. Und ich muss wissen, ob du es schaffen kannst oder nicht. Nicht jeder, der betet, ist ein guter Muslim. Dies ist der wahre Beweis. Hast du jemandem was von uns erzählt? Nein. Nein. Es war auf, dran! Nein. D택en will ich. Ahhh! Mo oder mehr personagem. Masiker unlock! D glasach nicht zuld. Ich bin meine lines. through durch 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 eine Entscheidung. Ich bin... Teyze! Lütfen! Yine başladen he! Neyse, kapatmam lazım. Markete gideceğim şimdi. İyi, tamam. Tamam, kapat. Darulma hemen sende. Dönerim yakında. Dikkat et kendine. Hoşçakalın. Sen de teyze. Hadi eyvallah.